Ach ja, das Ding ist, wir müssen aber auch weiter. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe, das kann nicht umsonst gewesen sein. Hör zu. Du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Ja, das Problem ist, er wird das ganz normal leben, soll ich es mal so wie es früher ist, gar nicht mehr kennen. Und hat jetzt vielleicht doch ein bisschen Angst davor. Weil er kann sich ja ungefähr vorstellen, wie es dann alles wird, wenn die wirklich einen Impfstoff finden. Oder das da heraus extrahieren können oder richtig da Impfstoffe herstellen können. Vielleicht hat er ein bisschen Angst davor, was danach kommt. Weil er kennt ja jetzt seit 20 Jahren nur dieses Leben, ne? Mal gucken. Wird sich mit Sicherheit noch aufklären. Ah, ich kann mal wieder ausmachen. Das weckt Erinnerungen. Wie kommt? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah. Alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es... Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joel. Schon okay, Ellie. Okay, nee, das konnten wir nicht nehmen. Aber müssen wir jetzt eigentlich bloß noch zum Krankenhaus. Wenn ich es richtig sehe. Sollte doch da drüben sein, oder? Komm ich durch die Brüste. Hey, Joel. Ich hab was für dich. Okay. Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich, äh... Ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Kommt drauf an, was es ist. Oh. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. So, wir gucken mal. Haben wir hier noch was? Naja, wir kommen durch. Hey. Den kennen wir doch. Schade. Ich dachte, mit dem können wir mal fahren. Äh, warte. Wie kommt das echt alles zu bekannt vor? Ich mein, sind wir jetzt wieder zurückgereist? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt bei der Story? Habe ich's vielleicht wieder vergessen? Nee, ach, Quatsch. Das ist... Das ist ja gar nicht das Tor, was ich... Ja, aber wie sind die drauf? Das wissen wir noch nicht. Das könnte problematisch werden. Aber dann müssen wir bestimmt auch erstmal durch eine Horde Zombies durch. Aha. Ich hab aber voll. Doch nicht. Was denn? Oh. Oh, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst. Oh nee, das ist ja so ein fetter. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt fertig machen muss, aber... Oh. Okay, das ging schnell. Also immer schön in den Kopf. Und der ist... Oh, ist der nett. Genau. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, fuck. Probier mal so ein bisschen durchzukommen, soweit ich komme. Da sind ja auch Klicker dabei. Halt, was... Elli! Hau mal, die Kirre war ja... Ich muss hier aber nicht schwimmen, oder? Nee, hier steht bestimmt der Wasser. Hör auf, auf mich zuzulatschen, Mann. Ich tue euch schon nischt. Bei dir geht's ja Gott sei Dank noch. Also, solange sie eigentlich sehen. Sobald mich der Erste sieht, bin ich wahrscheinlich sogar hilselig. Ich weiß auch nicht, ob ich hier richtig bin. Ich latsche erstmal so weiter. Leck hier. Oh, leck mich! Muss ich die jetzt kalt machen, sonst kommt Elli nicht mit? Ernsthaft? Ah, ach, ach! Nein! Der scheiß Klickviech! Oh nein, jetzt bin ich ja schon wieder hier! So ein Dreck, ey! Wo ist der Dicke? Den habe ich eigentlich so gut weggekriegt, wisst ihr? Nein! Das ging knapp drüber, warum immer schön den Kopf, dann geht er schon, ist die Hälfte vom Kopf schon weg! Ganzhaft! Ok! Habe ich hier? Er haut ab! Nein, die ganze Fälle sind kaputt! Oh, leck mich! Sobald ich schieße, kriegen die Klicker das mit, das ist scheiße! Aber er kann mich doch jetzt eigentlich gar nicht sehen, oder? Ey, du hast da noch was im Hals, was mir stimmt! Wow! Ok, 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 warte, 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 warte! Alter, den Tod habe ich ohnehin nicht gesehen! Krass! Aber trotzdem, das ist scheiße, man! Wir waren so weit! Ahhhh! Fuck! Ok, vielleicht... Vielleicht kann ich ihn auch einfach umgehen! Das blöde ist bloß, die anderen beiden kann ich mit Sicherheit nicht umgehen! Nein! Nein, 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 nein! Einfach weiter, einfach... Nein! Ach, nee! Oh Gott! Nein, wo kommst du her, du blöder Wichser! Oh Gott! Piss dich! Oh oh! Oh oh! Ich würde sie mal schü... Oh Gott, ey! Wo hat er mich bitte gesehen, Alter? Ich bin schön an ihm vorbeigeschlichen, ey! Das kann doch nicht sein! So, warte! Ich mache das mal anders! Ich tue mal das ausrüsten! Dann mache ich den gleich mal wieder aufladen! Und dann steige ich mich hier durch! Das kann also noch ein bisschen dauern! Nein, natürlich musst du genau in meine Richtung kommen, du Spacken! Gleich hier oben lang! Kann ich sogar! Ich schätze mal erst so, solange ich ihn mir stur tut er mir auch nichts! Nein! Ich hasse diese Dinger! Nein, hinter dir! Was? Warum, Alter? Behindert auf Penner, ey! Boah! Toll auf! Boah! Leicht! Leicht! Leicht, Mann! Boah! Nein, 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 nein! Boah! Okay, ich bin so tot! Der Klicker! Er liegt da! Boah! 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 da nicht. Geht jetzt mal hier rum. Nicht so blöd. Nein, ich weiß, dass hier auch Klicker sind. Warte kurz. Ich nütze mal ganz kurz die Zeit. So. Ganz ruhig. Das ist nämlich das Problem. Ich weiß, dass ich mich schon wieder zu sehr aufrege. Ehrlich? Was ist denn Ellie jetzt schon wieder hin? Wie läuft denn hier? Das Problem ist, solange hier irgendein anderer Pinsel noch rumliegt, der dann mich verrät, ist aus. Alter, kannst du dich auch mal entscheiden, wo du jetzt langklatsch, du Penner? Aber mir ist egal, wenn wir auf den Sack... Nein. Hat hier die Klappe. Das waren alle Bäder. Ja, das Ding ist, jetzt muss ich die vernichten, oder nicht? Ah, vielleicht habe ich Glück. Das letzte Mal hat sie auch nicht gejuckt. So viel zum Thema, bleibt da, ne? Ich hasse diese Scheißdinge. Die Kiste wäre ein guter Tritt. Ach, Gott. Hat ja auch bloß eine Viertelstunde gedauert, gefühlt. Ich weiß nicht, wie lange es wirklich war, aber... Das wollte ich eigentlich von Anfang an machen, aber nein. Die Kacke ist, sobald die jetzt hier kommen... Ja, schmeiß runter. Hoch, hoch. Was für diesen verkackten Schuss wir haben. So. Weiter geht's. Ich weiß nicht, ob wir hier safe sind, aber es sieht so aus. Okay. Das hätten wir auch viel einfacher haben können. Wir waren eigentlich schon soweit. Fast. Muss jetzt wieder was zum Schwimmen holen. Schau auf hier. Das Wasser scheint tief zu sein. Hey, was machen wir, wenn du weißt? Was denn? Saufen gehen. Du kriegst mir Schwimmen, was? Oder so. Na klar doch. Ähm. Kommt sie? Ähm. Ja, die Leiter da oben sieht ganz nett aus. Aber wie hinkommen. Also muss ich doch wieder irgendwas zum transportieren der Kleinfinn. Oh, muss ich jetzt wieder tauchen? Warte mal. Das hatten wir ja schon mal. Oh, gucke mal. Rein da. Oh. Oh. Ja, kurz umgucken. Äh, hier geht's, glaube ich, nicht hoch. Hier geht's hoch, oder? La, la, la. Und dann die Leiter. Ah, okay. Ich seh schon. So, meine Gute. Dann kommen sie mal hoch hier. Oder auch nicht. Kannst du dir nicht irgendwie da unten hin platzieren? Joy, willst du mich verarschen? Schmeiß doch. Warum? Hä? Also manchmal habe ich echt das Gefühl, das Spiel will mich ein bisschen verscheißen. Aber Gott sei Dank nicht so oft. So. Okay, bleib einfach am Rand. Ja, jetzt muss ich aber was holen zum transportieren, ne? Nee. Ach nee, hier ist... Hier. Na was denn? Du kannst dich jetzt mal entscheiden, ob man hier laufen kann, oder nicht? Lol. Okay, du bist am Start. Sie wirkt noch ein wenig genervt. Na komm, mach das schon mal. Pass auf! Erlich! Erlich! Ist natürlich geil, dass es bloß das Viech brutzelt und nicht irgendwie Ellie selber. Aber... Ich werde nicht meckern. Ich werde nicht meckern, weil er schwung genug ist. Dann hätte ich nämlich jetzt Ellie auch verbrannt. Oh, guck mal. Ja, gönn dir. Jawoll! Ich kann noch ein bisschen was mehr machen. Schön, schön, schön. Aber ich glaub... Muss ich das hier machen? Okay, dann mal los. Oh, es fehlt immer noch eine Waffe. Fuck. Oh, ich hab sogar Level 5 und 5. Das ist cool. Äh, nee. Ich hätte ja gerne irgendwie so was wie Durchschlagskraft oder so. Ja, Panzerbrechen, toll. Aber die Waffe werde ich, glaub ich, nicht weiter großartig benutzen. Genau wie die hab ich, glaub ich, gar nicht mehr. Äh... Schussfolger vielleicht... Oh, das ist ja ganz viel, ja. Reichweite... Nee. Ja, schaden wir auf jeden Fall gut. Wir haben ja noch ein bisschen was. Reichweite wäre auch nicht so schlecht. Bei oben machen wir nicht. Äh, blablabla. Nachhaltigke Schussfolger. Blablabla. Ja, doch Reichweite. Wir machen mal Reichweite. So. Was nutzen wir noch ganz gerne? Die Halterung halber. Hammer. Gibt's eigentlich jetzt nicht großartig mehr. Das ist doch ganz gut. Ja. Aber wenn das... Wenn wir das haben... Also wir haben jetzt 5 von 5. Also so weit vom Ende sind wir jetzt, glaub ich, eh nicht weg. Scheiß. Komplettes Messer benötigt. Kann ich mir ein... Nee, warte. Kann ich mir eins herstellen? Oh, ja klar. Ach nee, er Spaceballschläger. Nee. Nee, fuck. Ich brauchte... Warte mal. Hä? Ich hatte doch noch ein Messer. Willst du mich verarschen? Hier sind Blumen. Okay. Ach. Okay. Ja, ja. Au. Grüß dich. Okay. Haben wir noch voll. Ah, nochmal alles mitgenommen. Aber auch voll. Das glaub ich eigentlich ja weniger. Hallo? Ah, fuck. Okay, 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 okay. Okay. Warum fühlt sich das so nach Endboss an? Also ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass es hier einen Endboss gibt, aber... Weil man sich nochmal schön aufleveln kann, nochmal schön sammeln kann. Und eh kurz vorm Ende ist. Ich weiß ja nicht. Ja, weil du kannst auch normal laufen. Da ist es! Oder es kommt nochmal eine übelste Horde, ey. Ich hoffe nicht, weil das kann so lange... Das kann übel lange dauern. Ich hab zwar noch den Flammenwerfer... Du wartest dir. Ich gehe nirgendwo hin. Wenn die jetzt wirklich in Massen kommen, einiges ausrichten können, aber... Kann ich da überhaupt rüber? Ja. Ich muss wieder tauchen, stimmt's? Ja, ich schaff's den Sprung nicht. Wir wissen's. So, bloß mal gucken. Natürlich. Heute müssen wir mal gucken, wo ich hin muss. Kannst du sagen, warum schwebt sie da jetzt? Wir haben auch wieder einen Bug gefunden. Nein. Sie wartet. Sie hat echt die Ruhe weg. Endlich hat sie auch die Arschruhe weg. So, der Herr. Alter. Joel.